Hartz wechseln. Sollte das TDS-Meter mehr als 20 ppm anzeigen, ist die Patrone erschöpft. Hierzu schließen wir die Hähne und sehen zu, dass das System drucklos wird. Wir öffnen die Hähne, nehmen wir oben die Schläuche ab, nehmen wir beide Hosen von der Input und Output und lösen die Schälen der Tanks. Wir können die Flasche entnehmen. Take the tank out und schrauben den Kopf ab. Unscrew die Hähne. Beide auf, entnehmen die Lanze. Beide auf und schrauben die Mitte. So, jetzt kann das Hartz aus der Flasche in den Tank gekippt werden. Das ganze Hartz läuft auch mit in den Tank. Und versuche, wie viel Resin aus dem Tank du kannst. Nachdem das ganze Hartz aus der Flasche entleert wurde, ist es sinnvoll, die Flasche mit Wasser zu spülen, um das ganze Hartz rauszubekommen. Jetzt, dass die Flasche aus der Flasche entleert wurde, werden wir eine Hose benutzen, in die Flasche zu spülen und den Rest aus der Flasche rauszubekommen, damit es komplett clean ist. Hartzbefüllung. Hierzu nehmen Sie sich von Unger unsere 25 Liter Säcke, Mischbetharz, für das DI 400 und das DI 800. Füllen Sie das Hartz. Jetzt werden wir den Resin verändern. Wenn du das machst, kannst du deinen Unger 25 Liter Säcke von Mischbetharzen bekommen. Und für den DI 800 kannst du mit nur zwei Säcke verwenden. Nehmen Sie den Unger Trichter oder einen anderen Handelsüblichen Trichter. Und füllen Sie das Hartz. Ja. So, du füllst einen Funnel und füllst das Resin in den Funnel und füllst es. Nachdem der 25 Liter Sack in die Flasche gefüllt wurde, ist die Lanze wieder einzusetzen. Und hierzu kann man sich den Wasserschlauch zur Hilfe nehmen. Nachdem du die 25 Liter Sack in die Flasche geändert hast, steckst du den Pool zurück in die Mitte und steckst das Wasser in die Flasche an den Topf. Und als das Wasser durchgeht, füllst du es in die Flasche, damit es in die Flasche geht. Wasser ausschalten. Zusehen, dass das Gewinde sauber ist. Make sure that the thread on the inside of the tank is completely clean. Kopf auf die Lanze setzen. Und aufschrauben. Put the cap on top of the pole and screw the cap back on top. Handfest reicht. Closing it tight with your hand works. Jetzt können wir die Flasche wieder auf die Karre setzen. Zwei Pfeile auf dem Kopf zeigen die Richtung, wie die Schläuche angeschlossen ist. Pfeil hier. Eingangsseite. Pfeil raus. Ausgangsseite. So now you're going to set the tank back on your system. On the top of the cap you can see two arrows that let you know which direction. The arrow on this side is pointing in that direction. That's your input. And the arrow on the other side is pointing in that direction. That would be your output. But... As letztes, mit den Schellen das Gerät wieder auf dem Tank befestigen. Make sure your hose are screwed tight back on. And the last step is to put the straps across the tank and tighten them with your butterfly. After the tank is firmly on your system, you can tighten the cap a little bit more to make sure that it's sealed and straight. So now you use the speed effect off the air. Let's pull the rubber out of the air. And the front of the air the same is the light. Vielen Dank.